oh meine damen herr herzlich willkommen um sie zwei und das hier so fahren abend und eben und lass mir die ersten hallo hallo so weiter geht nächster halt raus riesiger straße hallo hallo waldkrankenhaus hallo 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 jetzt Oh, weiter hier. Glühwürbchen, Bego. Alle nix. Schön. Hallo. Moment, Aspie. Aspie. So, weiter geht's. Halten Sie das Chaussee Stadtrandstraße. 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 So. Das ist jetzt gut. So. 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 Hallo. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Hallo. Danke. Fahrbahn ohne. So was geil. Aber bitte verimpfen. Aber sind praktisch werfen. Geht die da. Egal ob er Lifestream macht. Seht wohl oder so was. Ich weiß nicht, vor allem. Ich weiß, dass hier das steht. Hochhausweg Ich hab von der Spendendstadt. Oh, genau. Da. Echeln! Bremsen. Hopp! Hallo! Hallo! Meine Fahrkarte ist ganz gut zu mir gelaufen. Dann ist Spektefeld-Zentrum. Im Spektefeld-Schulzentrum. Acht! Ach, Kollege, und alles klar? Warte! Warte! Hallo! 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 Guten Tag! Einen normalen Fahrerschein, bitte! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Hallo! Danke schön! So, nächstes Ahal ist Rechtefeld. Specktefeld. Echt? 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 Keiner, aber einsteigen. Hallo? Wo? Eine Fahrkarte bitte. Ja? Dankeschön. Bitteschön. E-Bus? Der E-Bus, also Werkstallweiler... Wasserwerkstraße. Bei mir heizt warme Kies. Heischerweise. Bernd, ja? Wissens. 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 Beside im! Bussens. Wissens. 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 2x1 Berlin-Spandau Mülheimer Straße Mülheimer Straße Mülheimer Straße Mülheimer Straße Siegenerstraße Siegenerstraße einmal die kurzstrecke danke hallo anny was willst du haben einmal kurzstrecke bitte einmal kurz ich glaube im laufe bist du schneller kannst du auch so abnehmen manny hättest du von der idee jetzt ihr lauft alle mal ins gesünder für euer körper und euer geist was für dich manny du bist immer dicker und dicker rosenträger anziehen dass die rosentona rutscht zeigen sie das chaussee zeppelin straße ich fahre durch den bus durch als wenn der bus nix da wäre guck dir wieder auf ein mal kurzstrecke bitte so ein bus hätte ich keine rummer gerade zu bürg fahren kann ein fahrzeug ist der was es gibt Merziger Straße Hallo 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 Einen normalen Fahrschein bitte Hallo Guten Tag Einmal normal bitte Ja Einen normalen Fahrschein bitte Dankeschön Dankeschön Wollen wir mal warten? Das ist eine Minute ein bisschen zu schnell gewesen Wer richtig Gas gibt in Berlin stand auch Ja Krass Ich brauche sonst alles Geld Ich kriege nicht Punktzahl wo ich brauche und Geld Speckte Wegen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo. 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 Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Ja, drei. Kurzstrecke hier. Wieder im Stau oder was? Auch, weil ich die Ampelschuld habe. Ist die Ampelschuld. Ich bin mal am Smart, da schiebt sich da was. Aufmerksamkeit erregen hier. Teltower Straße. Aber diesmal ist ja die Ampelschuld. Das ist die Ampelschuld. Ich bin da drüber. Kann mir nur die Jägen wieder gut machen. Ja, es läuft so gut, aber jetzt wird er bei ihm wieder. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Bitteschön. Einmal bitte Kurzstrecke. Hallo. Hallo. Güterbahnhof Urläden. Hallo. Hallo. Ich brauche eine Kurzstrecke bitte. Polizeidirektion 2 Polizeidirektion 2 Hallo. Hallo. Einmal normal bitte. Danke. Bitte. Halt eine Karte für eine Kurzstrecke bitte. Einmal normal bitte. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Krematorium Uli. Krematorium Uli. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal. Danke. U-Bahnhof Ulin. U-Bahnhof Ulin. U-Bahnhof Ulin. U-Bahnhof Ulin. U-Bahnhof Ulin. U-Bahnhof Ulin. U-Bahnhof Ulin.